Kurz speichern, beziehungsweise healen, jetzt haben wir schon fast 20 Stunden Spielzeit, ne? Reden wir das Ganze mal nochmal, und diesmal ohne Kommentargeräusche von den Leuten, bin ich begeistert. So, dann gehen wir erstmal in die letzte Tür und holen den ersten Schlüssel, sag ich mal. Das erste Ding für die Aussparung, Aussparung, das ist okay. Jawohl, da haben wir es doch. Okay, jetzt haben wir die nächste Tür. Hm? Warte. Ah! Eine Sand-Sandora-Echse? So oder so, die Robbe nicht so... Hey, what the heck, was? Die Robbe gerade geschrien, dass sie gerne ein bisschen Leben hätte, oder was? Ähm... Ich hätte Sanji austauschen sollen, ärgerlich. Ich kann halt kein Thunder-Lance-Tempo machen. Hm... 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 Das Vieh lebt sogar noch... Oh, Mann, nee. Okay. Okay. Nee, warte mal, links ist ja auch gleich noch dran, dann warte mal, dann machen wir das anders. Okay, wir gehen mal da mal einfach auf den. Dann wird wahrscheinlich dann Sanji jetzt mal kurz wehtun, was aber okay ist. So, du machst jetzt bitte dein... Ja, genau, danke. Tempest. Oh, du hast dir gar nichts getötet. Dann machen wir jetzt mal folgendes. Ähm, Quatsch. Sanji kurz mit Robin tauschen. Ähm... Ach, das lebt immer noch, das eine Vieh. Das ist ja wohl ein Witz. Ja, aber sie sind jetzt in einem anderen Gebiet, at least. Ja, wir gehen mit auf die beiden. Die eine wenigstens schon mal weg. So, dann machst du nochmal deinen Phönix. So, damit sind die weg. Sehr gut. Dann können wir uns jetzt nur noch mit dem Vieh befassen. Okay, dein Tempest ist echt ein bisschen... ...too much jetzt gerade, um ehrlich zu sein. Tempest. Dann haben wir das Gefühl, irgendwie keinen Schaden an dem Vieh. Du hast mir keinen Schaden an dem Vieh. ...ponk. Ja, solange du Nami angreifst, ist das alles okay. So, jetzt ist das noch ein bisschen SP-Fan. Robin wird aber getauscht. Ding, Lissop. Weil der hier sinnvoller ist. Weil der mehr Schaden macht an dem Vieh. Hier kommt bestimmt noch irgendwie eine andere Attacke, oder? Nicht immer nur den Angriff angriffen. Mach bitte nicht schwer, der Tempest. Oh, mein Gott. Oh, der ist... Er zieht den Kampf so in die Länge mit seinem Tempest. Hm. Oh, das war's sogar. Okay. Kein Exergie, okay. Okay, wir gehen. Was war das gerade für ein Ding? So, Gott, er ist damit. Ostwindwappen. Wait, und hier gibt's nichts in diesem Raum? Da war nur das Vieh drin, ne? Äh, okay. Na gut. Dann eb schnett. Dann eb schnett. So. Hm, 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 hm. So. Jetzt machen wir das jetzt mal da ein. So. Wir gucken können. Wow. Wait, stimmt. Das Ding hat tatsächlich ein Skelett auf dem Kopf. Ja. Da sieht's aus wie Broke's, Ruffy. Gut, wir gehen so. Dummdödel. Hahaha. Was ist denn, was ist denn, was sich jetzt hier in diesem Raum geändert hat? Und was wir vorher hätten ändern müssen, bevor wir das das erste Mal gedreht haben. Hm, hm. Das Wappen. Ah! Ja, wir müssen da irgendwie rankommen. Das Ding ist, wenn wir das drehen, ist dann nachher alles voller Sand, weil der Sand von da unten da oben reinfällt. Oh, sorry. Ah, so gucken wir mal. Oh, verdammt. Es ist ein Röstlinger-Krabbe, ich glaube, Krabbe, genau. Okay, ähm... Erstmal tauschen wir Lissop. Ah, das bringt nicht viel, aber wir machen es trotzdem. Bei Robin nicht so viel... Vielleicht habe ich Glück und einer von denen ist... Uh, zwei sogar sind CC'd. Allerdings nicht die, die dran ist, das ist auch okay. Ähm... Ja. Okay, es ist tatsächlich einmal draufgegangen, dass wir sehr gut sind. Das ist perfekt, dann ist es jetzt erstmal egal. Dann haben wir jetzt mal eine Gatling. Ui! Okay, es haben tatsächlich sehr viele von denen überlebt. Das finde ich nicht so cool. Das finde ich nicht so cool. Das finde ich nicht so cool. Wir haben dann dadurch dann für sich entschieden. Für uns entschieden, oder? Spiel verlangsam. 7400. Ui! Achja, Robin muss ja noch XP nachholen. Jetzt vergesse ich immer. Okay, ähm... Warum sind das denn jetzt auf einmal immer diese... Sieht nur noch in meine Richtung? Ja, okay, warte mal. Machen wir in der Zeit mal kurz folgendes. Wir haben jetzt hier noch einmal... Das Leur Gräbt noch voll. Äh... Kann ich nicht. Kann ich nicht. Konni auch nix. Konni nix. Hab ich nix. Da kriegen wir noch einmal eine Lösung. Gummiband noch was rein. Und that's it. Okay. Na? Zwohin gehst du? Okay, du stellst bis hier vorne hinzukommen. Ja komm, let's go. Ich bin hier im Sack. Schau dir in der危険sten Welt. Nach? Ich bin hier im Sack. Sie! Los geht's! GUMU-GOMU-GUMU-GANT-RINGER! Ponk. Ich werde euch ein sehr starkes Mal sehen. ZANDER-LAND-STAND-BOY! Okay, jetzt ist Stings noch dran, der macht wieder seinen Tempest und dann ist gut, müssen alle tot sein. Und dann ist Stings noch dran, der macht wieder seinen Tempest. Ich verstehe nicht, warum Lissab vor den anderen ist, bin ich ehrlich. Hm? Der Weg ist zack. Das ist nicht so, was wir tun. Das ist doch nicht so, was wir tun. Oh, das ist ein Kabutobushi! Bitte bemerkst auf den危险lichen Licht. Wenn auch immer. In diesem Schiedshoro wenigstens richtig. Sanktou-Ryu-Oogi! Sanktou-Sekai! Und tschüss. Was? Lass uns das tun! So, ein Thunderlands-Tempo auf die beiden Küche. Thunderlands-Tempo! Das! 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 Ja, deswegen muss ich jetzt auch ausgetauscht, Robin. Es tut mir leid. Okay, ich hab das okay. Robin, ich brauch die ja nicht mal finishen. Die werden ja sogar gefinisht für mich. Das ist ja der Vorteil. Ich bin jetzt noch mal ein bisschen auf den Sack, damit der ein bisschen weniger Leben hat. Dann kommt jetzt er mit Tempest. Und finisht sie einfach weg. Sag ich doch. So, okay. Wie? Zur Hölle? Muss ich jetzt tatsächlich nicht einmal drehen. Aber ich hab das ja schon einmal gedreht gehabt und es hat mir nichts gebracht. Ganz wichtig. Ich will eigentlich nicht nochmal die ganzen scheiß Viecher besiegen müssen. Ich hab da absolut keinen Bock drauf. Okay. Ähm. Bringt ja nix. Wir müssen da irgendwie rüberkommen. Die Frage ist nur, wie. Hm. I don't know. Mal gucken. Welche Richtung war es jetzt nochmal? Ja. Ist das hier richtig? Nee, oder? Ja. Ja. Das ist falsch. Das ist die falsche Seite gewesen. Ich dachte, es wäre schon fast. Staubruin zum Spiegelraum. Ingekehrt. 같이 aufs. Ich würde es nicht nur noch aufschreiben. Das ist aber auch so. Ich würde es nicht mehr so sehen. Okay. Wollte es einem Bioden. Ich würde es nicht mehr so kennen. Ich würde es nicht mehr so freuen. Ich würde es nicht mehr so sehen. Und wenn es ein bisschen mehr so ist, Ich hatte übersehen. Die Frage ist nur, was? Was sollt ihr hier rüber gehen? Definitiv drinnen vorbei. Hm. Hm, 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 hm. War so ein Käfer auch wieder da? Ja, leider ist er wieder da. Scheiße. Ja, ja, alles gut. Das sind aber nur zwei Nassau-Käfer. Das ist ja okay. Mach ich dir mal so viel Schaden wie geht und guck mal, ob seine Tempest nachher am Ende ausreicht. Da habe ich immer ein bisschen SP an den Viecher. Das ist eigentlich halt nicht häufig, ne, SP-Fahr. Aber es ist halt auch wichtig. Ich sehe, dass Nami schon wieder keine, äh, mehr hat. Ist das, äh... Hm, okay. Wird jetzt werden, genau. So, und er macht jetzt Tempest. Ja, Tempest. T-T-T-T-T-T-T-T-T. Ja, perfekt. Hm? 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 Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Oh! Was haben wir denn jetzt da? Ja, okay. Hm, okay. Hm, okay. Okay, das ist das. Ist das für ein Fabtenhaatten? Okay, gut. Wieso kann ich denn von hier aus nicht da hoch? Hm, verstehe ich nicht. Hm.